It's Steve and Maggie. Deutsch, Deutsch, Deutsch. Tschüss, mach's gut. Bitte, die Schule ist zu Ende. Zeit, nach Hause zu gehen. Ah, was für ein schöner Tag. Blauer Himmel und sonnig. Oh, hey. Hallo, Jungs und Mädels. Ich fahre mit meinem Fahrrad heim. Hey, ihr könnt mit mir mitkommen. Na los, das wird lustig. Seid ihr bereit? Und los geht's. Wow. Genau. Ich fahre so gerne mit dem Fahrrad an einem sonnigen Tag wie heute. Das ist toll. Schaut mal. Wie ist das Wetter? Genau. Es ist sonnig. Alle zusammen. Na los. Wie ist das Wetter? Es ist sonnig. Wie ist das Wetter? Es ist sonnig. Wie ist das Wetter? Es ist sonnig. Hey, super. Hey, Steve. Oh, hi, Maggie. Heute ist so ein schöner sonniger Tag, oder? Genau. Aber das Wetter ändert sich. Ich kann eine Wolke sehen. Oh, hey. Schaut mal. Ich kann auch eine Wolke sehen. Oh, oh. Oh, Maggie. Kannst du vorausfliegen und mir sagen, wie das Wetter ist? Okay. Danke schön. Huh. 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 Wie ist das Wetter? Genau. Es regnet. Sagen wir es Steve. 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 Oh, hey, Maggie. Wie ist das Wetter da drüben? Es regnet. Oh nein. Es regnet. Au. Oh nein. Es regnet. Das Wasser ist überall. So kann ich nicht Fahrrad fahren. Oh. 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 Steve. Hey. Hey. Hey, Maggie. Schau mal. Ich kann mit einem Kanu weiterfahren. Genau. Das Wetter ist jetzt kein Problem mehr. Schaut mal. Wie ist das Wetter? Genau. Es regnet. Alle zusammen. Wie ist das Wetter? Es regnet. Wie ist das Wetter? Es regnet. Wie ist das Wetter jetzt? Es regnet. Genau. Huh. Jetzt wird es aber richtig kalt. Genau. Maggie, es ist echt kalt. Hey. Kannst du noch mal vorausfliegen und mir sagen, wie das Wetter ist? Okay. Huh. Oh. Es ist echt kalt. Hey. Wie ist das Wetter? Genau. Es schneit. Sagen wir es Steve. Hey, Maggie. Schau mal her. Ich fahre einfach mit Skiern weiter. Genau. Genau. Das Wetter ist kein Problem. Hey, Maggie. Schau mal her. Ich fahre einfach mit Skiern weiter. Genau. Das Wetter ist kein Problem. Wie ist das Wetter. Wie ist das Wetter? Genau. Es schneit. Wie ist das Wetter? Es schneit. Wie ist das Wetter? Es schneit. Genau. Oh. 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 Das ist toll. Oh. Oh. Aber es wird ein bisschen windig. Oh. Hey, Maggie. Kannst du mal vorausfliegen und mir sagen, wie das Wetter ist? Okay. Oh. Wie ist das Wetter? Ja. Es ist windig. Oh. Maggie. Wie ist das Wetter? Es ist windig. Hey, du hast recht. Es ist wirklich windig. So geht's. Nicht weiter. Hey, Maggie. Schau mal. Ich fliege mit dem Gleitschirm. Genau. Das ist toll. Das Wetter ist kein Problem. Nein. Wie ist das Wetter? Ja, es ist windig. Wie ist das Wetter? Es ist windig. Wie ist das Wetter? Es ist windig. Es ist windig. Kein Problem für mich. Ja. Oh nein, Maggie, es wird neblig. Ich kann nichts sehen. Nein. Maggie, was kannst du sehen? Was kannst du sehen? Es ist windig. Ich kann nichts sehen. Oha, das Wetter ändert sich. Oh nein, ich kann dein Haus sehen. Steve, pass auf. Oh nein. Das war Glück. Oh, yeah. Hey, Steve. Steve. Oh, hi, Maggie. Geht's dir gut? Ja, alles okay. Ich bin froh, in meinem Garten zu sein. Genau. Aber schau mal. Es ist nicht mehr sonnig. Nein. Nein. Wie ist das Wetter? Genau. Es ist bewölkt. Alle zusammen. Wie ist das Wetter? Es ist bewölkt. Wie ist das Wetter? Es ist bewölkt. Wie ist das Wetter? Es ist bewölkt. Es ist bewölkt. Oh. Oh, aber Steve. Das Wetter ändert sich. Es ist Sonic. Oh, du hast recht, Maggie. Schaut mal. Es ist wieder Sonic. Oh, genau. Und alles ist gut. Hihihi. Was für ein verrückter Heimweg. Bis zum nächsten Mal, Jungs und Mädels. Tschüss. Tschüss.